Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu den mathematischen Mengenoperationen hier in der Mengenlehre. Heute nochmal ganz kurzer Recap, wir haben folgendes vorbereitet. Einmal eine Menge A mit Dingen drin und einmal eine Menge B mit ebenfalls Dingen drin. In unserem Fall zur Vereinfachung ein paar Zahlen. Wir haben da schon ein paar Operationen drauf definiert. Das war einmal der Durchschnitt. So, hier, es war der Durchschnitt. Ich gehe das jetzt nicht nochmal alles durch, wo eben nur die Zahlen genommen wurden, die in beiden Mengen drin waren. Es war die Vereinigung, wo einfach alle Zahlen genommen wurden. Und es war die Differenz, die ihr hier seht. Und heute schauen wir uns die sogenannte symmetrische Differenz an, die ein bisschen fancy aussieht. Und zwar, die symmetrische Differenz macht das hier. Das heißt, wir nehmen eigentlich so genommen alle Zahlen aus beiden Mengen, wie bei der Vereinigung auch. Aber wir schmeißen die raus, die im Durchschnitt liegen. So, und jetzt wird es lustig. Denn heute geht es auch wieder eigentlich, also ich meine, Verständnis von was die symmetrische Differenz ist, ist eigentlich relativ unproblematisch. Aber ich will euch zeigen, wie ihr das Ganze mathematisch definieren könnt. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich das jetzt hier so ausführlich mache. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Da muss man reinkommen. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Und es hilft euch auch beim Programmieren, glaubt mir. Das kann ich euch gerne noch zeigen. Vor allem in Python, das ist quasi direkt einfach programmierbar. Genau. Aber das Coole dabei ist ja, wir haben schon drei Mengenoperationen. Und wenn ihr eins aus dieser ganzen Reihe mitnehmen könnt und wollt, dann, dass Mathematiker wahnsinnig faule Säcke sind. Ja, also alle davon. Denn die benutzen alles, was sie haben, um sich das Leben einfacher zu machen. Wenn ihr irgendwas benutzen könnt, dann definiert das Ganze nicht neu, sondern benutzt das, was ihr habt. Und das kann man auch hier machen. Also wir sehen hier, was wir machen wollen, was wir erreichen wollen. Wir wollen genau genommen die symmetrische Differenz, das kann ich übrigens mal anzeigen, dass das hier die symmetrische Differenz ist. Wir wollen die symmetrische Differenz hier definieren als alle Elemente, die in A sind, plus alle Elemente, die in B sind, aber bitte ohne die, die in beiden Mengen drin sind. Und das kann manchmal nützlich sein, sowas zu haben, aber eben, es geht mehr um die Art und Weise, wie man das hier definiert. So, das Zeichen ist dieses wunderschöne Dreieck hier. Und wir definieren das als A Dreieck B, also A symmetrische Differenz von B, ist definiert als, und das ist eben dieses Doppelpunkt ist gleich. Ich glaube, daran habt ihr euch mittlerweile gewöhnt. Übrigens, Fun Fact, bei der Differenz ist es wichtig, welche von den beiden Mengen ihr zuerst schreibt. Bei der symmetrischen Differenz, dadurch, dass sie eben symmetrisch ist, nicht. So, und jetzt habt ihr, ihr schlauen Menschen, wahrscheinlich schon mehrere Ideen im Kopf, wie ihr das Ganze definieren könnt. Wir machen jetzt hier eine, und die anderen sag ich euch, und ihr dürft sie euch mal zu Hause aufschreiben. Also, hoffentlich seid ihr zu Hause, oder unterwegs, whatever. Schreibt sie euch dann einfach mal von Hand auf und überlegt mal, ob ihr da vielleicht selbst drauf kommt. Aber es reicht eigentlich genau genommen eine Definition. Die offizielle Definition geht nämlich über die Differenz. Warum geht es über die Differenz? Naja, weil die symmetrische Differenz, da steckt schon Differenz drin, das heißt, man möchte das irgendwie als Differenzvariante definieren. So, also das ist so ein bisschen das, woran man sich orientieren kann. Man muss das aber nicht so tun. Okay, das heißt, was ich euch gerade gesagt habe, ihr dürft alles benutzen, was ihr vorher hattet. Ihr dürft Vereinigung, Durchschnitt, Differenz benutzen und daraus die symmetrische Differenz bauen. Und ich spoiler jetzt an der Stelle ein kleines bisschen, aber ich sage mal, ihr braucht tatsächlich weder dieses Elementzeichen, noch Mengen, noch dieses X definiert als, noch ein und, noch ein oder. Ihr braucht das alles nicht. Was ihr braucht, ist die Differenz und dann noch eins von den beiden hier oben. Und ich lasse euch gerade mal ganz kurz denken, aber wir machen jetzt hier natürlich auch weiter. Und zwar, ihr könnt das Ganze natürlich auch einfach hier drüben sehen. So, was ist denn diese Menge hier oben? Das hier ist ja genau das, was wir bei der Differenz hatten, hier mit diesem grauen Fleck auch, wo die Elemente eben nicht drin sind. Das heißt, das hier oben ist einfach die Differenz A ohne B. Also Differenz A oder A Differenz B. So, und diese Menge hier unten ist natürlich alle Elemente in B, aber bitte ohne die, die in A drin sind. Also wenn wir wirklich nur diesen Teil hier, den ich jetzt gerade entlangfahre, wenn wir den nehmen, dann ist das die Differenz von B ohne A. Das heißt, wenn wir die beiden Zeichen hier umdrehen, haben wir das hier unten. Ja, und wir wollen einfach beide Differenzen haben. Das heißt, was wir brauchen ist natürlich, wir müssen die beiden zusammenstecken. Also, aufgeschrieben wäre das die Differenz von A ohne B und die Differenz von B ohne A und die einfach miteinander vereinigt. Das ist ziemlich simpel geschrieben und wenn wir uns das Ganze mal so überlegen, wo ist das denn jetzt bitte eine Menge? Naja, diese Mengenoperation, die kann ich ja miteinander kombinieren, ja. Ja, das heißt, wir sehen hier auch so ein paar Klammern und wir sehen, dass wir das eigentlich benutzen wie Plus, Minus, Mal geteilt. Das kann ich da wunderbar mitmachen. Und dabei rauskommt immer eine Menge. Das heißt, A ohne B. Naja, das ist definiert als X für alle X, die in A sind und die gleichzeitig nicht in B sind. Das wäre das hier vorne. Wie gesagt, diese Menge hier oben. Also, wenn ich nochmal ganz kurz die Zahlen einblende, dann sind das die Zahlen 1, 2, 3, die hier in dem vorderen Teil gemeint sind. Die Differenz an sich ist allerdings eine Menge. Ja, das ist ja diese Mengezeichen hier, die habe ich nicht ohne Grund. Das heißt, das hier ist eigentlich eine Menge. Und dann haben wir hier die Menge aus B ohne A. Da drehen wir einfach alles um. Das heißt, X für alle X, für die gilt, X ist Element von B und X ist nicht Element von A. Das wäre das hier hinten. Damit haben wir die Zahlen 6, 7 und 8. Nämlich genau die hier, die alle in B sind und gleichzeitig nicht die, die auch in A drin sind. Das ist das hier vorne. So, und was ich jetzt mache ist, ich schmeiße die beiden neu erstandenen Mengen, schmeiße ich in einen Topf rein. Ja. Und das wäre die Vereinigung. Das heißt, ich nehme mir alles, was hierbei rausgekommen ist, die 1, 2, 3 und alles, was da unten rausgekommen ist, nämlich die 6, 7 und 8. Schmeiße sie zusammen mit der Vereinigung und dann habe ich quasi eine neue Menge. So, bei dieser Vereinigung hier packen wir nicht A und B zusammen, sondern wir packen A ohne B und B ohne A zusammen. Das hier ist eine neue Menge aus den Elementen 1, 2, 3. Könnt ihr euch quasi so vorstellen, 1, 2, 3. Und das hier ist die Menge aus 6, 7 und 8. Könnt ihr euch auch so vorstellen. Das heißt, wir haben hier zwei Mengen, zwei neue Mengen, die wir davor nicht hatten und vereinigen die. Und nehmen einfach alle x, für die gilt entweder ist x in dem vorderen Teil oder x ist in dem hinteren Teil und die stecken wir dann einfach zusammen. Und das ist dann dieses neue Ding hier. Das heißt, alles ohne 4 und 5. Also 1, 2, 3, 6, 7 und 8. Und das ist genau das, was wir hier haben wollten. So, das heißt, der wichtige Takeaway von dieser Lektion jetzt hier, von diesem Video hier, ist, ihr könnt diese Mengenoperationen auch miteinander kombinieren. Ihr könnt da ganz wilde Sachen machen. Ihr könnt alles miteinander kombinieren. Ihr müsst euch nicht auf zwei Mengen beschränken. Ihr könnt neue Mengen erstellen oder definieren über diese Definition hier und die dann miteinander kombinieren. Ihr müsst ja auch nicht nur 1 plus 2 rechnen, sondern ihr könnt auch 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 rechnen. Ihr könnt so viele Mengen vereinigen, wie ihr wollt. So viele Mengen miteinander schneiden oder Differenzen machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt euch auch neue, für euch praktische Operationen definieren, die ihr gerade braucht. In dem Fall war das die symmetrische Differenz, die eigentlich sehr, sehr selten verwendet wird, um das mal fairerweise hier zu sagen. Gelegentlich kommt sie vor, aber ihr müsst sie euch nicht merken. Die drei müsst ihr euch merken. Aber wichtig ist, ihr könnt hier, wie gesagt, die miteinander kombinieren. So, jetzt die Übung für zu Hause, damit ihr auch mal nachdenken könnt. Ich habe das jetzt gerade so definiert. A ohne B vereinigt B ohne A. Jetzt überlegt euch mal, was man auch machen könnte. Dieses graue Ding hier ist ja eigentlich der Schnitt von A und B. Das heißt, was wir machen könnten, wäre, wir nehmen uns die vereinigte Menge, hier, ja, das gesamte Ding hier und schmeißen allerdings etwas raus, nämlich den Schnitt der beiden. Das heißt, wir sagen hier A vereinigt B, aber bitte ohne A geschnitten B. Das würde auch funktionieren. Und das wäre einfach eine andere Schreibweise für genau dasselbe hier. Das wäre nur eine Differenz, dann wäre quasi die Differenz hier in der Mitte. Und der Schnitt und die Vereinigung wären außen dran. Also hier wäre die Vereinigung, hier wäre der Schnitt. Könnt ihr euch gerne mal so überlegen, warum das auch funktioniert. Und die letzte Möglichkeit, und das wäre wahrscheinlich die aufwendigste, ist natürlich, ihr könnt das auch als richtige Mengendefinition schreiben, wenn ihr das wollt. Also zum Beispiel X für alle X, also wir nehmen uns alle X, für die gilt, X ist entweder in A oder in B und gleichzeitig ist es nicht in A und in B. Wow, okay, das war unerwartet. Das war der Prober da für Deutschland. Schön, dass ihr den auch mitgekriegt habt. Cool. Ja, also der hat offensichtlich funktioniert bei mir. Cool, nice. Ich bin ein bisschen raus, das war gerade sehr unerwartet. Ich wollte jetzt allerdings das tatsächlich nicht rausschneiden hier. Genau, also wir können das Ganze auch wirklich dann von Hand nochmal als echte Menge definieren hier. Alle Elemente nehmen, aber bitte nicht die Elemente nehmen, die hier drin sind. Da braucht ihr hier ein paar mehr Operationen und an der Stelle kurzer Hinweis, ihr könnt diese Operation auch klammern und ihr könnt sie auch natürlich in eine Reihenfolge bringen. Wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, die formale Logikreihe geht da ein bisschen tiefer ins Detail. So, jetzt mache ich hier Schluss, denn da draußen geht eine wilde Sirene ab und ich weiß nicht mal, ob ihr die hört. Ich hoffe nicht. Alles klar, in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.